Oder Laserhammer Woow Woow Fuck Und da sind wir wieder zurück bei Let's play a day Minecraft So heißt das Spiel, wie heißt das Spiel? Minecraft Richtig Und wieder mit der Kiki die Folge Die ist nämlich auch schon halbwegs euphorisch Nicht wahr? Du liegst auf meinen Kopfhörern Mit deinem Arm, pass auf, dass du gleich drauf bist Ist sonst ein bisschen schlecht Ne? So, und ich Idiot habe jetzt nämlich Auch herausgefunden, woran das nämlich lag mit dem Sattel Das war nämlich ganz einfach So, es gibt diese Art, diese Art von Sattel Nicht mehr, man kann jetzt nämlich ganz normale Sattel dafür nehmen, ich brauche gar keine Besonderen Sattel mehr Für Pferde, sondern man kann für Pferde Jetzt nämlich wie hier in der Truhe Einer liegt, einen ganz normalen Sattel nehmen Und dann kann man mit ihnen reiten Das ist das Sattel Das ist das Sattel Und wir machen uns jetzt nicht mal auf dem Weg Ja, was wollen wir machen uns denn auf dem Weg? Nach Pferdesrufe Genau Ja, ich fliege jetzt mal nicht Ich habe nämlich keine Flymoor installiert Und Kreativmodus möchte ich nämlich nicht Kiki Und du musst näher ran zum Sprechen, sonst hört sich ja keiner Dann hört die dann mich und ich rede quasi mit einem Geist Kiki Hallo Hallo Komm näher her Kiki Hallo Oh Jetzt bin ich gegen das Mikrofon gestoßen, das sollte ich vielleicht nicht machen Lass es so Kiki, ich habe jetzt alles So Also hier ist ein Schaf, soll ich das Schaf nackig machen? Ja Ganz nackig Ja Boah nackig Ich habe es nicht gesehen Da ist aber noch eins Machen wir auch nackig Zwei Zwei Hepp Nackig 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 Und gleich machen wir es nicht ganz nackig Wieso denn nicht? Guck mal Manchmal sehen wie ganz nackig nicht ist Aber wir brauchen doch die Wolle Oh, jetzt ist es schon weg Jetzt bin ich schon dran vorbeigerannt Da ist ein Steak, soll ich das Steak essen? Gekin nicht die Kabel rumfummeln So hört sich das auch an wenn ich das ist in echt, oder? Aho, 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 Aho Spring in Wasser Muss ich? Ja Nein! Ah! Das tat weh Es kommt noch bessere Chancen, um zu Wasser zu springen, aber ich will mir nicht die ganze Zeit weh tun, wenn ich hier für die irgendwelche wagemutigen Stand zu machen Vielleicht musst du rennen und dann springen Habe ich doch, bin ich doch, habe ich getan, gemacht Oder ein bisschen runtergehen und dann springen Mal schauen Also Pferde sollen ja selten sein, aber wir müssen einfach mal schauen, wo welche sind Ich werde auch nicht irgendwie großartig neue Biom entdecken Ich will mir nämlich noch viel offen lassen für 1.7 Aber dazu sage ich jetzt nichts mehr Denn die 1.7 sind ziemlich bei mir leider noch nicht so gut wie ich das gerne hätte und meine Faktion sind noch nicht geupdatet und Kiki hör auf auf Kabel rumzuziehen Und Kiki hör auf auf Kabel rumzuziehen Wann rumzuziehen? Wann rumzuziehen? Wann rumzuziehen? Wann rumzuziehen? Wann rumzuziehen? Wann rumzuziehen? Okay, dann war das von aus versehen Aber hier irgendwo werden bestimmt Ja, natürlich gehe ich jetzt ausgerechnet die Lust, wo es Nacht wird Das geboren doch schon das erste Skelett Aber das macht gar nichts Ich bin stark Ja, das ist das Skelett Vom Glück habe ich es gesehen Ja, ich habe sie auch gesehen Ich auch Die Hinsicht ist jetzt nicht so besonders groß, deswegen muss ich mir jetzt auch keine großen Sorgen darüber machen, da ich jetzt hier viel vorweg nehme Auch wenn es schade ist, dass hier irgendwie gerade keinerlei Dings auftauchen Äh, Pferde Bei der Milch wird es langsamer Zeit Kubaaaah Da war ich bin schnell wie ich bin weggerannt Da ist noch einer Oh, falsches Item Oh, da kommt der Endermann Da kommt der Endermann Und ich habe nicht mehr viel zu essen Schlecht Schlecht, schlecht, schlecht Ich muss was essen Nein, nein, nein Ich muss hier weg Ich kann schnell weg hier Oh, scheiße Verdammt nochmal Weg hier Weil die mich angreifen und ich habe bald mal viel Leben Ich bin bald tot Ich muss jetzt was essen Hier war ich schon mal in der Gegend, ich erinnere mich Ich auch Warte, warst du dabei? Ja Erinnere ich mich gar nicht dran, das war nämlich vor meiner Zeit vor dem Let's Play Okay Muss ich erstmal schauen, wie ich hier langkomme Spring Aber ich bin auch schon gesprungen Lass mal Im Wasser bin ich eigentlich sicher vor diesem Viechchen Spring von dem Gras Im Wasser Ja Dann brauche ich hier irgendwo Pferde Ah, da oben ist er der Kann man den Kuh nackig machen? Nein Ah ja, ich war hier schon mal Die Gegend kommt mir viel zu bekannt vor Mach den Kuh lieber nackig Ich muss erstmal den Creeper töten Nein Ah, voll in den Rücken Das ist ein Creeper-Lock, das hat er gerade gemacht Oh, Erde Das mach ich jetzt mal nicht weg, weil Ähm Ich brauche Erde Und ich Idiot, hab natürlich jetzt keine Map angeschaltet Und auch keine Karte dabei Was auch irgendwie ziemlich schlecht ist, ich warte Ich mag keine Magst du nicht mehr hören? Nein Okay Dann hörst du halt nicht Ist so etwas schade, aber du hörst ja eh nur die Musik Magst du die Musik? Ja Oh, eine Spinne Oh, keine Spinne mehr Schauen wir mal hier Ich hoffe Nein Ich habe genug Fleisch Ich brauche nicht noch mehr Fleisch Schau mal hier Geht es jetzt wieder los Hier wird es wieder schön von der Gegend her Mach den Kuh da Schlecht, schlecht, schlecht Weg, weg, weg Sind alle zu stark Das ist viel für mich Du musst fliehen vor den ganzen vielen Monstern Fliege 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 Nicht fliegen, du musst näher kommen Das Mikrofon hört dich sonst nicht So nah Ja, so ist gut So ungefähr so weit wie ich bin Du kannst dich ruhig ein bisschen zurücklehnen Aber nicht so weit nach hinten, dass man dich nicht mehr hören kann So weit So ist gut, genau Oder so So wie gerade eben, so hinten Okay, die Monster sind schon noch ziemlich happig Auch wenn auf einfach Vielleicht braucht er ein Schwert Ich habe doch was besseres als ein Schwert Ich habe meinen Hammer Aber der Schwert ist besser Weil der Da Spitz hat Aber der ist super schwer Aber Dann brauchst du ein ganz coolen Schwert aus Laserschwert Nein Laserschwert Minecraft hat nichts mit Laserschwert zu tun Das passt nicht ganz zusammen Oder 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 Laser Wo Fuck Und Baby Zombies Babies Schlecht 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 Oh Gott Hast du gerade gesehen wie ich geflogen bin Kiki Ja Ich tue jetzt mal beide Kopfhörer anziehen Dann kann ich mich auch besser hören So jetzt geht es glaube ich Ich bin jetzt voll dagegen gestoßen Wo Ja hier Aber jetzt geht es wieder Ich höre die Zombies stöhnen Die kleinen Baby Zombies Die Ich renne so schnell wie ich kann Ich kann nicht fliegen Das werde dann geschummelt Weil man ja im normalen Leben auch nicht fliegen kann Oder sein Na das ist kein iPad Das ist ein iPhone Ja das ist mein Altes Aber Das funktioniert nicht mehr Das ist ganz kaputt Ok dann schau mal nach Oh Creepert Zwei Creepern weiter weil es kaputt ist hier habe ich doch gerade schon gesagt ob ich das auch zu tritt aufs Kabel was haben wir hier schon mal es geht nicht ich frage mich ob ich in der Gegend schon mal war wozu Teufel Dein iPod ist auch nicht da okay das ist irgendwie gerade alles in den Rücken hat er mich getroffen der Miete jetzt geht's auf die Fresse komm her iPod iPod heißt das der ist in der Küche aber den muss ich jetzt nicht holen gehen der ist eh aus die geht den iPod holen aber wir müssen noch tschüss sagen Kiki sind wieder zehn Minuten vorbei ich gehe mal hier in die Hüde in die Sicherheit tschüss wartet noch kurz spring wo ich muss hier weg creeper 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 auf der Suche nach einem Pferde auf einem Eden-Rosse Oh mein Gott, das ist echt spannend Ok, ich bin sicher So viel dazu Wir werden uns noch wieder sehen In einer neuen Folge Let's play a day